Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen auf dem BlackBros Kanal. Heute sind wir immer auf dem Fußballplatz mit Nathan, Joni und Achmed. Und heute machen wir 2 gegen 2 von Tor zu Tor schießt. Ich und Achmed gegen Team Dick und Dicker. Lach mal bitte jemand. Wir sind Deutschland, wir sind Italien. Wir sind Team Deutschland. Die Regeln sind nicht über die Mittellinie gehen, 5 Uhr. Und ja, los geht's, ne? Los geht's, Freunde! Scheiße! Exi! Eic! Herr Schuss! Herr Schuss! Ja, gut! Uhhh! Ja, Leute! Lass mich einbüschchen! Oh, Junge! Aua! Fertig! Aua! 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 Yo, Leute, wir müssen die Challenge vorzeitig beenden, weil die Kamera auf fatale Art und Weise hingefallen ist. Wegen dem da! Yo, Leute, wenigstens hab ich eine gute Nachricht. Wir haben mit dem iBet zusammengearbeitet und ihr könnt 5 Euro gratis wetten mit dem Partnercode BLACKBROS. Weil Deutschland spielt am Samstag gegen... Gegen wen spielen? Gegen Italien! Ich spiele am Samstag gegen Italien, Leute. Da könnt ihr wenigstens gratis wetten und vielleicht mit viel Glück was holen. Ein bisschen Jazz. Ist nie schlecht. Yo, Leute, das Video ist leider beendet, weil das Stativ kaputt ist. Und die Kamera hingef... Hast du das aufgenommen, Nikas? Das sieht man bestimmt, ne? Ja! Wie man richtig in die Kamera fickt. Ja! Du siehst das doch auch, wie der Ball richtig auf die Kamera zukommt bei der letzten Ausnahme. Dann slam! Oder dann dance! Eieiei, Leute! Das Video wird leider nichts... Scheiße, ja. Was sollen wir machen?